Ja, hier gibt es was, das heißt, Goat MMO Simulator, ja. Natürlich spielen wir wie aus der letzten Folge unsere aggressive Anabolika-Kampf-Sau. Ja, da kommt es. Ey, einfach... Ja. Haha, ich spiele den Ta... The micro of the most evil construction in this world, their pre-chaotic evil, and revile in chaos and destruction, using their evil powers to amuse food. Alter, das ist ein Quatsch. Ich nehme den Tank. Das ist... I must be here, du... Alter. Und jetzt? Okay. Okay. Was ein kranker Scheiß. What? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn, oder? Wo soll ich denn hier... Was soll ich denn hier... So denn? Warte ey, ich muss das erst mal hier irgendwo hinten. Ah! Was ein krankes Game, Alter Inventory, ein Buch Okay Ich wollte eigentlich eine Soda haben oder sowas Ich dachte hier gibt es auch Ach ne, das sind Klagen hier nicht auf Getränke? Ah, da ist Oda Das ist ne alte Ach da Level up Hab ich die jetzt Hab ich Ne, ich hab's jetzt Wo ist hier hin? Der ist jetzt einfach gekillt oder was? Was ein krankes Game Das Spiel ist doch total fail oder was? Guck mich doch mal an wie ich aussehe Ich mach ich weg, Junge Level up Inventory Ein Shirt Wie kann ich Okay Unlock new armor Ähm What the fuck Ich meine, das Spiel besteht ja nur aus Bugs Aber trotzdem Ja Au Ja klar Die hab ich denn natürlich im Inventar Ähm 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 Ich sehe nix in meinem Inventar, was ziemlich lustig ist. Bugt grad wahrscheinlich ein bisschen. Ja, mein Inventar bugt. Kack, Game. Ah, jetzt hat's geklappt, ja. Hui. Was ist das ein Quatsch, ey? Der Mesh-Dumper. Was ein krankes Game, ich saget euch, das Game ist mehr krank als das... Ohne Scheiß. Krass, ich kann... Alter. Soll die ganzen Gold Harvester Glambs hier wegmachen? Sind hier noch mehr? Ich hab bloß drei gesehen. Da oben. Ich krieg nicht meinen Freund. Einer muss... Der lebt doch noch. Da läuft noch einer. Voll ab, Junge. Der Shad, ist der echt oder ist das? Ist das echt hier Leute, die das Spiel spielen? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich hab's gut angegriffen. Da ist noch einer. Kannst du dich von mir verstecken, mein Freund. Level up. Da ist ja langsam los. Herr Sau. Ich mach dich fertig. ein game button game und passt auf pass auf inventar und die ziege ist wieder die ja genau ich soll da jetzt leute infiltrieren infiltration alter was ein schwach game alter zählen lassen Sack! Es reicht es aber. Ja, du Pisse. Ja, du Pisse. Wut? Aaaaah! 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 Auf jeden Fall ist das ein krankes MMO, ganz ehrlich. Aaaaah! Wenn es denn eins sein soll. Aaaaah! Aber das kann doch keiner, das kann doch keiner ernst nehmen, oder? Soll glaube ich auch keiner, oder? Es ist doch totaler Quatsch. Na komm mal, ich kann ganz Tag hier durchdrehen und krieg andauernd XP für irgendein Scheiß. Warrior? Oh, flieg mal schön. Warrior. Piss, Nelke. Ja, auf jeden Fall, das ist hier der Goat MMO Simulator. Ähm. Ich vermute nicht, dass hier irgendwo andere echte Spiele spielen. Ich denke mal, das ist ja alles, äh. Ich habe jetzt auch nicht nachgeforscht. Ich glaube, das ist alles Crap, was hier passiert. Alles Crap Game. Und ich muss sagen, es ist lustig, ne? Ich meine, sieht lustig aus. Macht aber auch bestimmt total keinen Sinn. Aber es gibt bestimmt Leute, die sich total damit ganzen Tag beschäftigen. Ich bin jetzt die Fire Goat. Huiiiiiii. Huiiiiiii. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's vom letzten Goat Simulator Video. Weil echt, das erste war schon total crap. Der zweite war das erste nochmal, nur nochmal crappiger. Und das hier ist... Ja, gut. Muss man sich hiermit beschäftigen? Ja, guck mal da. Ja, ins Inventar. Ey, die schießen mit, mit, mit. Hab ich den jetzt da raufgeschmissen? Boah. Ach, da sind wieder die Viechers. Ohhhh. Haha, Map Ende. Wir sind am Ende dieses Spiels. Wir sind am backenden Map Ende, ja. Hier gibt es Ziegenklein. Könnte auch Hühnerfrika sie sein, man weiß es nicht so genau. So. Wir haben jetzt hier noch Sachen ausgepackt. Oh, ich, ich kann hier noch mich bewegen. Und hab nochmal die Tube in die Luft gejagt. Aber ich, ich werd hier nicht mehr wegkommen. Doch, ich komm hier nochmal weg. Ah, Alter. Jetzt, jetzt hab ich mich aber festgepackt. Ja, festgepackt. Okay, reicht. Jetzt.